Morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillisch auf dem Kaseinhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Wenn es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Befehl vom Oberst. Morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kaseinhof nicht sehen. Dann findet sie im Drillisch in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Der Oberst wird erklären, warum das Schauspiel selten ist. Schauspiel vom Oberst. Morgen früh um neun einbarmt der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird erklären, warum es regnet. Sehr, sehr selten sowas. Seltener Schauspiel viel. Morgen neun Uhr wird der Oberst im Drillisch die Sonne verfinstern, wie es alle Tage passiert in der Sporthalle. Wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernhof. Morgen um neune Verfinsterung des Oberst sind im Drillisch wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet. Was nicht alle Tage passiert. Antreten auf dem Kasernhof. Äh, sollten Schauspieler dabei sein. Sollen sich selten machen. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Tja, ich weiß, der Oberst will unseren Drillisch verfinstern. Das dollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ihr einen machen. Schauspieler sollten seltener bekommen. Typisch. Dann will er erklären, warum er die Kaserne aus rein sportlichen Gründen nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert.